Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war jetzt mit einem Freund im Heidepark, mit einem Kumpel auch, besser gesagt. Und da sind wir dann auch abends so Reifemaskatbahn gefahren, die heißt so. Und dann sind wir da halt ein paar Ründchen gefahren und hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Und ja, ich habe davor und danach nochmal ein paar Aufnahmen gemacht. Also selbst hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen, das habe ich gerade schon mal gesagt, perfekt. Ja, ich hoffe es gefällt euch. 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 Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut gerne noch ein paar andere Videos von mir an. Immer noch jeden Freitag kommt jetzt ein Video. Ähm, wenn ich entschuldige mich, schaue ich nochmal.